Guten Morgen, herzlich willkommen hier am Profi-Leinstand. Mein Name ist Leif Köpke, ich bin der Verantwortliche für den Bereich Maschinen und Werkzeuge. Heute steht alles im Zeichen Riechen, Schmecken, Fühlen, denn wir zeigen hier eine Produktionskette. Angefangen in der Oberflächenvorbereitung mit unserem Lieferanten Mirka. Wir zeigen die neuesten Maschinen im Bereich Schleiftechnik. Hier haben wir einmal eine Handschleifbox, die wir ganz exklusiv mit unserem Lieferanten aufgelegt haben. Man findet alles im Bereich Papierschleifmittel oder aber auch, wie hier, Merlon Vlies, um an Stellen wie Heizkörper entsprechende Vorarbeiten durchzuführen. Hier auf der kurzen Seite führt unser Kollege gerade die Airless-Spachtelmasse vor. Und Sie werden sich jetzt wundern, Airless-Spachtelmasse und wird jetzt mit der Hand verarbeitet. Das ist ein weiterer Vorteil dieser hervorragend verarbeitbaren Spachtelmasse. Sie können die sowohl spritzen als auch mit der Hand verarbeiten. Und das Ganze ist aufzuziehen bis 6 mm. Sie erzielen Q2 bis Q4 Flächen, können das Ganze dann im Nachgang wunderbar schleifen, was wir hier bei den Kollegen von Mirka schon gesehen haben. Und ja, absoluter Mehrwert. Letztes Jahr stand ich mit dem Ingo Bauer auf der Bühne und durfte das Gerät hier mit einführen. Und dieses Jahr haben wir uns einige neue Dinge überlegt. Wir haben zum Beispiel einen 5-Liter-Oberbehälter mit dabei, damit Lackanwendungen ganz einfach durchzuführen sind. Erleichtert auch den Kunden im Nachgang die Reinigung. Und wir haben auch eine 15 cm Spritzverlängerung dabei. Das Ganze zum Preis von 1249 Euro. Da hat sich also nichts verändert. Wir bieten dem Kunden einen Mehrwert. Ingo, vielleicht zeigst du unseren Besuchern und Kunden einmal, wie dieses Gerät dann eben bedient und verarbeitet wird. Wie gesagt, wir haben hier jetzt eine 15 cm Verlängerung dran. Wir haben einen Oberbehälter. Das Ganze ist ganz einfach gehalten, an und aus. Der Druck wird vorne eingestellt. Und Sie werden gleich sehen, wie wenig Nebel hier doch erzeugt wird. Wir arbeiten mit 80 Bar im Airless-Bereich, aber haben eine feine Zerstäubung, wie man es sonst nur im HVP-Bereich kennt. Ingo, mach doch einfach mal. Vielen Dank für Ihren virtuellen Besuch bei uns auf dem Messestand. Und falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne an Ihren Außendienst, an unseren Handwerkermarkt und den entsprechenden Kollegen oder besuchen Sie unsere Homepage. Danke und auf Wiedersehen. Vielen Dank.